Willkommen zurück bei To The Moon. Wir sind in Johnnys letzter Vergangenheit, also so nah wie möglich an der echten Zeit dran. Wir wollen Relikte finden, um ihn dazu zu bringen, in frühester Kindheit Astronaut werden zu wollen, damit er dann doch zum Mond fliegen kann, so wie es das Spiel will. Und er hat uns jetzt hier was hingeworfen. Schauen wir mal, was es ist, Notiz Mond erhalten. Wir müssen zuerst das Memento vorbereiten. Der Mond in Johnnys Erinnerung ist ein Vollmond. Vorbereiten. Kugeln anklicken, um Elemente zu drehen. Faktor Ideal 3, Gesamt 3. Kugeln anklicken. Was sollen wir machen? Farben so wie es hier steht, oder was? Das sieht doch gut aus. Ich verstehe nicht gar nicht was ich machen soll. Ehh... Verstehe nicht gar nichts, was ich machen soll. Ach, der Origami-Hase. Natürlich war es jetzt sehr, sehr schlecht, was die Anzahl da war, aber ist egal. Moment, du kannst jetzt zum Gedankensprung aktiviert werden. Moment, was ist mit meiner Privatsphäre? Wir versuchen sie so wenig wie möglich zu verletzen, aber meistens lässt es sich nicht ganz vermeiden. Ich schalte Sichtbarkeit und Interaktivität ab, es wäre nervig gesehen zu werden. Ja, ja, zufrieden? Ach du Schande, ich habe völlig vergessen, dich zu fragen, was mit dem ganzen Hasen hier auf sich hat. Da kriege ich eine Gänsehaut. Wir hätten vorher in seiner Arkte nach psychopathischen Veranlagungen schauen sollen. Was zum... Hat er nämlich gehört? Das ist unmöglich. Das ist wahrscheinlich nur ein Teil seiner Erinnerung. Dann bleibe ich bei meiner Argumentation. Wie auch immer, er hofft zu quatschen und finde ein Memento, das uns hier wegbringt. Objekten interagieren, um fünf Memento-Links aufzubauen. Okay. Ich wollte nicht hochgehen. Die Uhr läuft, aber man hört kein Ticken. Glas, eingelegte Oliven. Boah, ich hasse dieses Zeug. Was gibt es daran zu hassen? Das sind eingelegte Oliven. Genau das. Das ist Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Lass es, wenn wir ihm unsere Anwesenheit in jeder Erinnerung neu erklären müssen, drehe ich durch. Führe mich nicht in Versuchung. Nein, einfach nein. Frische Weltflume. Alles, was man anklicken kann, ist auch irgendwie als Memento zur Verfügung. Achso, damit will ich das dann aufbrechen. Okay. Ich wollte sagen, ist ja doof, wenn ich hier meine ganzen Dinger wieder verliere. Was sitzt denn da auf dem Klavier? Komme ich da ran? Mehr vor wie Gahse aus Papier. Na, bist du aber nicht was Besonderes? Hast zwei Farben, während all deine Kollegen aussehen, dann hätten sie gleich mit dir gebadet. Wie bitte? Du glaubst, du bist besonders gruselig? Nun ja, da stimme ich dir zu. Hadouken. Was zum... war das? Was? Genug davon, dann wird's übernehmen, ich das Zerschmettern der Barrieren. Nochmal speichern, bevor wir weitermachen. Ich hab ja gesehen, das soll eher so ein Intag zu verfilmen sein, als ein wirkliches Spiel. Kommt mir entgegen. Bisher wurde Bekämpfen nicht implementiert, wenn das nur fünf Stunden gehen soll. Oh je. Ich gucke, in der Ecke dreht alle Elemente in der Diagonale. Ganz doofen wird das jetzt erklärt. Ja, alles drei. Ich weiß nicht, ob es da was Besonderes gibt. Naja. Langsam. Wir rutschen bald in die vorherige Zeitphase. Ich mag Regen lieber, wenn er durch mich statt auf mich fällt. Mir macht er so oder so nichts aus. Scheint so, als würden diese Erinnerungssprünge immer nur einen kleinen Zeitraum überbrücken. Wir müssen ein passendes Memento finden, sonst brauchen wir noch Ewigkeiten. Ach, genieß doch einfach die Landschaft. Wir brauchen wieder fünf Stück, oder? Steht hier nicht? Jetzt hat er gerade den Controller gar nicht mehr angenommen. Und weil er im Hintergrund wieder irgendwas aufgemacht hat bei mir hier. Der Computer ist unglaublich. Hübsches Bülschnabelt hier ernsthaft. Dieses Tier sollte nicht das Recht haben, zu existieren. Die Welt ist nicht groß genug für zwei von eurer Sorte. Den Gedanken an Röver jeweils. Den Gedanken an Röver jeweils. Ich muss jetzt schon doch reingehen. Es ist fast fertig. Es ist fertig, River. Wie du, so kann auch ich nun jeden Tag auf sie aufpassen. Sie wird nicht mehr allein sein. Ich werde vielleicht niemals verstehen, warum, aber ich habe deinen Wunsch erfüllt. Ich bin sicher, auch Anja ist dir dankbar. Aber wenn ich fort bin... Wer wird dann über uns wachen? Wer sind sie? Mein Name ist Eva. Ich komme nur zufällig vorbei. War sie ihre Frau? Ja, ihr Name war River. Ein außergewöhnlicher Name. Das hätte nicht passieren müssen. Sie hätte es nicht tun müssen. Aber sie... Sie würden es nicht verstehen. Ich verstehe es ja nicht einmal selbst. Sie können es nicht... Kiez Anja erhalten Jemand um den sich John und River sorgen Kiez Anja erhalten 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 Kiez Kiez Anja erhalten Johnny? Ja? Ich habe das hier gemacht. Sag mir, was es ist. Was? Sag mir einfach, was es ist. Das ist ein Hase wie die anderen, die du gemacht hast. Und weiter? Ah ja, er ist aus Papier. Dann sind das alles Erinnerungen an seine verstorbene Frau, die Johnny da hat. Und natürlich, Dr. Watts hat sich darüber lustig gemacht. Aber eigentlich ist das eine sehr wichtige Sache für Johnny wahrscheinlich. Und weiter? Der Körper ist gelb und der Rest ist blau. Gut, und weiter? Du, River. Ich habe ein Lied geschrieben. Es ist für dich. Okay. Nun, möchtest du es hören? Ja. Du wirst jetzt nicht extra das Piano hochbringen müssen. Ich kann dich sehr gut hören, wenn die Tür offen ist. Es heißt Für River. Warum so klischeehaft? Das ist nur ein Arbeitstitel. Wer ist dieser Anja, von der die beiden gesprochen haben? Wenn sie so wichtig ist, hätten wir sie nicht in seinen späteren Erinnerungen sehen müssen. Ich schätze, er hat sein Versprechen letztlich doch nicht gehalten. Es sei denn... Es sei denn was... Egal. Das ist das Blüschtier, was da neben... ...neben... 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 ...neben River liegt. Vielleicht ist das ja dieser Anja. Hey, das ist doch dasselbe Lied, das die Kinder vorhin gespielt haben, oder? Stand ja auch bei den Noten. Es hieß ja für For River. Vermutlich hat er es ihnen beigebracht. Oder die können Noten lesen. Ach, weißt du, das hier zieht nur mein Testosteronspiegel runter. Ich mache mich auf den Weg. Ich habe schon meine Memory-Link. Kommst du mit, oder willst du noch selbst weiter schauen? Schauen wir selbst weiter, wollen wir mal sehen. Geh dir vor, ich hole dich schnell hin. Vermisst du nicht auch die Zeit, als die Konvertierung von MP8-Audiodeien aus Erinnerungen noch legal war? Ich glaube, in meinem ersten Arbeitsjahr habe ich über 2000 Songs mit nach Hause genommen. Das ist ja mit der Musik, das ist sehr bedrückend, was man hier so dafür sieht. Das ist Kaisers neue Kleider. Kaisers Papierhase. River Garbinger. Notiz für River erhalten. Ein Nied, das Johnny für seine verstorbene Frau geschrieben hat. Der Titel ist nur im Platz. Das hieß am Ende doch immer noch so. Ich sage dir, das wird so nichts. Und wenn wir es auseinanderbauen? Sieh uns an, John. Wir sind nicht gerade in dem Alter, wo man noch Pianos herumträgt. Weißt du, weißt du, wenn es dir so viel bedeutet, dann besorge ich ein paar Profis. Ich kann dir nicht helfen, das Haus zu retten. Aber, also, es ist das Mindeste, was ich tun kann. Stimmt, jetzt, wo ich das sehe, als wir noch in der ersten Zeitperiode waren. Da hatte doch das Haus drei Bäder und diese ganzen Küchen. Es war doch jeder Raum. Wenn man hier sieht, das ist doch hier nicht fertig gebaut. Damals war das doch aber, als ich angefangen habe, in jedem Teilgebiet, war das doch, war doch jedes Zimmer fertig gebaut. Anscheinend hat er vielleicht doch so ein Versprechen in der Hinsicht gehalten, das Haus fertigzustellen. Glas eingelegte Oliven. Da mag jemand Oliven wirklich gern. Ein Memento fehlt noch. Schlüssel wird durchgerüttet im Teig. Okay, dann machen wir's. Denn die Musik ist bisher wirklich atemberaubend. Das ist ein kleines, schönes Spiel mit sehr viel Liebe gemacht. 2 Euro bei Steam gekostet. Eigentlich sensationell. Ja, das ist 4. Okay. Also wenn ich das mache... Diagonal will ich nicht schießen. Dann mache ich mir jetzt das. Dann mache ich das. Hier kann ich mit Diagonal schießen. Topform, wie man sieht. Katastrophe. Let's try it around. Dann geht's ja dann doch so. Thomas. Da reisen wir noch durch das Memento. Bisher schauen wir ihm ja nur dazu. Wir müssen halt irgendwas finden, um ihn dann... In der Kindheit davon zu überzeugen, Astronaut zu werden. Endlich! Ich hab ja auch diese böse Befürchtung, dass der am Ende stirbt. So, hier machen wir jetzt Schluss. Beim nächsten Mal schauen wir mal, wie es in dieser Erinnerung weitergeht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.